Hallo liebe Freunde, heute wird etwas Großartiges passieren, bzw. wenn ihr das seht, gestern, denn heute ist ein großes Zeigenis von uns. Heute kommt World of Warcraft, die Erweiterung raus. Genau, liebe Freunde, und ihr begleitet uns jetzt, wir haben euch gezwungen dazu, zu unserem Transporter, denn, lieber Jan, was machen wir da? Denn es ist wirklich der Tag der Tage gekommen, liebe Freunde, World of Warcraft, das Spiel ist ein gutes Spiel, wir finden das gut, auch wenn da Beziehungen zerstört wurden, das ist egal, wir holen jetzt. Ja, in diesem Transporter, in einem großen Supermarkt, so viel Essen und Trinken und Verpflegung, dass wir für die nächsten Tage auf jeden Fall gut versorgt sind und zu dritt in unserer geilen Ecke World of Warcraft spielen können. Oh mein Gott, die Schere hat ihn einfach zu stoppen. Gut als Schere, oder was? Und jetzt fahren wir los. Wir sind jetzt angekommen und was sehen wir denn hier? Wie geht denn das an jetzt? Steht eine Fahrt, ein Eumann. Das geht nicht. Hä? Ja, Alter, ich... Ist da Geld drin? Ich hab ein Euro gerade reingeworfen. Das ist eine komplette Abzocke. Das geht einfach nicht. Das ist schlecht. Steh mal auf, vielleicht ist es zu schwer. Ich schwör das. Nein. Was soll das? Ich will mein Geld wieder haben. Skandal. Jetzt kommt Einkaufen mit Cengiz. Viele denken, als WoW-Gamer braucht man immer sowas wie Pizza, Energy oder sowas. Natürlich das auch. Ist natürlich nicht schlecht. Aber man braucht auch sehr gesunde Sachen, um die höchstmögliche Zeit wach zu bleiben. Ein paar Vitamine da. Ich hab mir erst mal acht Äpfel gegönnt. Hey, was ist das? Ein Drachenfrucht? Dragonfruit? Finde ich dann ein Dragon? Joa, das, was André eingekauft hat, sieht mir auch schon sehr gut aus. Hier ein paar Vitelflaschen, um nicht zu verdurten. Der größten Fehler, den ihr machen könnt, ist sowas wie Eistee oder so zu trinken oder Cola oder sowas. Da ist halt kein Wasser drin. Und Wasser hilft auch, richtig lange wach zu bleiben. Deswegen wird es uns, Red Bull. Man darf auch was mit dem Ding freuen. Am besten, ihr nehmt immer den Red Bull Sugar Free. Damit seid ihr auf der gesunden Seite. So, und jetzt sind wir fertig. Ich mach mal wieder eine professionelle Spitze hier. Die Ausbeute ist, ist sie gut? Ja, geht. Ich glaube, es geht schon. Also für heute Nacht wird es auf jeden Fall reichen, liebe Freunde. Wir zeigen euch das mal. Das ist besser, Alter. At home. Oh, lass da hin. Schaut mal hier. Djangole hat richtig zugeschlagen wieder. Ja. Oh, liebe Freunde. Ich geh mal hier rein. So. Alle liebe Freunde. Ja, das sieht auch nach was aus. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ich hab ganz viel Duftkerzen, damit wir das schön einräuchern können oben. Aber die müssen wir direkt an den PC stellen, damit Django's die auch... Unter Django's Nase. Wickelwater, liebe Freunde. Jetzt wird erstmal alle in die Türen geborgen. Oh, in die Türen, ey. Okay. Da hat auch ein Schön. Da hat auch ein... Hey, 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 hey. So macht der Schenke immer. Liebe Freunde, wir haben es... Ich guck mal auf meine Gold-Uhr. Äh, 10 vor 12, liebe Freunde. Das heißt in... Oh, das ist ja voll viel Fett drauf, weil ich mir das mal weg... Ja, so. Ah, das heißt, liebe Freunde, in 10, 11, 12 Minuten geht's los. WoW geht online. Da ist wirklich schon die Hölle los im Game Boy Day. Alter. Hier, Jay. Also, liebe Freunde, wir haben gerade den Vergleich gezogen. Das verhält sich wie Silvester, aber eigentlich noch besser. Es gibt auch so einen Countdown, den hatten wir eben an, wo diese Sekunden runter ticken, wie lange es noch dauert. Wir müssen uns jetzt natürlich versorgen in den letzten 10 Minuten mit den... Man muss gucken, liebe Freunde, dass man einfach jetzt erstmal 3 Stunden sitzen kann. Das heißt, Essen holen, Trinken holen, neben PC aufbauen, nochmal auf die Toilette gehen, dass das nicht passiert in den nächsten 3. Einmal holen zum Reinpinkeln, falls man doch mal muss. Einfach mal muss sitzen bleiben, liebe Freunde. Also, ich wollte ja aus dem Baumarkt schon so einen Schlauch holen, damit man einfach pissen kann, während man da an diesem Bild hat. Irgendwann dann dieses Andrennen da aus diesem Festland. Dann leht's sowieso, ach, man, was kann man nicht machen? So, Energy, liebe Freunde, nicht so gesund. Ach ja, halt, stopp, 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 stopp. Wir müssen noch die kranken Story erzählen. Jaygis war eben in dieser Küche und er meinte so, er steht hier und hantiert an seinen 20 Red Bulldozen rum und plötzlich guckt er nach links und eine Maus, die soll nach Jaygis' Angaben so dick gewesen sein, ist hier einfach lang gelaufen. Dann hat die Jaygis gesehen und ist an diesem Seil einfach... Nein, ich hab den Move letztes Jahr gesehen, aber von einer dünneren, aber wir haben jetzt hier wirklich eine Muttermaus anscheinend. Ja, also, liebe Freunde. Ja, Jay, lass unseren, wir haben gesagt, wir machen einen Achterschluck. Ja, warte, zack da selber einen. Ja, ja, los. Wo haben wir denn? Hier. Oh, shit. Ja, wir müssen den oben machen, oder nicht? Aber oben? Wenn die Server angehen. Bis gleich, liebe Freunde. Wir haben die Kamera unten vergessen und es hat schon angefangen, das Event. Fuck. Boah, was geht los, Freunde? Die Spieler sind auf dem Weg und wir noch nicht. Oh, scheiße. Hä? Die sind ja alle weg schon, die sind alle weg. Nein! Was ist hier? Jaygis, bist du da? Wo ist die Quest? Hä? Die ist bei mir aufgepoppt. Ja, wo muss ich hin? Wir müssen in diesem Fall, wie sie landet. Bist du schon da hingegangen? Hast du die Quest nicht gemacht? Welche Quest? Achso, ja. Da ist ein Auto-Quest. Ja, die, die ich bekommen habe. Ja. Sprecht mit den, äh, sprecht mit R2-Kartner. Ja, abzündet von Wieseladen. Wie komme ich denn da hin, du Affe? Durch das Orkama-Untergrund. In das Portal. Achso, okay, ja. Hier, mach mal. Halt mal mit der Kamera. Nee, ich kann nicht. Jetzt mach. Ich kann nicht rein. Ah. Warte, die steht da so. Ja, die steht, die steht. Ja, warte, hier, so. Mal gehen. Alter, was ist? Oh, shit. Yo, die Ding. Server down. Server down. Was? Server down? Ja. Ja, hola, der Bildschirm. Liebe Freunde, ja, ich schreibe gerade noch mit WhatsApp mit einem anderen Spieler und der hält uns, gibt uns auch immer Infos und Server down nix geht. Shit. Um die Atmosphäre hier zu schaffen. Hint. Nein. Ich weiß nicht, wie ich die Atmosphäre schaffe. Ja, Server down. Oh, es gibt noch Questschaden. Ist doch online? Achso, nein. Achso, nein. Achso, nein. Achso, nein. Achso, nein. Jetzt scheiße, Mann. Diese, der Ladebildschirm. Oh, ich bin so heroisch. Komm, gib her. Schaut euch diese Musik an. Ey, wo bist du, André? Ich nehm hatte sie auch. Ich zeig euch jetzt, wie man wirklich in die WoW-Atmosphäre kommt. Was geht? Auf schon dunklen Post. Oh, ich steig auf meinen titzgeschmiedeten Nachmark. Scheiße. Was ist die da? Die da muss ich mich in den Kopf schlagen. Da ist ein Ding dabei. Ready? Bereit! Alter, ich hab den aus. Cengiz ist da als erster von uns. Cengiz hat's geschafft. Fuck, hier unsere Server sind immer noch kaputt, Freunde. Cengiz hat's geschafft. Scheiße, du darfst nicht ohne uns leveln. Oh, ich bin nicht in Schatten gestalten. Kriegst du IP? Hast du einen IP-Balken an? Oh, shit. Was? Das war ein halber Balken? Eine Quest ist ja viel zu übertrieben. Kleiner Zwischenbericht, die Server sind viel zu überlastet, deswegen geht's. Kann man noch nicht in diese Welt des Addons richtig eindringen, weil es immer nur kracht. Deswegen haben wir hier so einen Farmspot, für welche die's checken. Schau das euch an. Wir killen hier einfach grad seit zwei Stunden diese Mobs. Und Cengiz hat den besten Job, erklär deinen Job. Es gibt so eine Funktion, da kannst du einem Charakter folgen, dann läuft er automatisch dem einen hinterher. Und ich habe einen Skill, der heißt Heilige Nova, das ist so eine Explosion, so eine Licht-Explosion. Ich drücke die ganze Zeit einfach eins und das sieht dann so aus. Und Cengiz kriegt so sau viel Erfahrung dafür, dass er nur diese eine Taste drückt. Tja, liebe Freunde, so geht's. Und jetzt, wir haben es vorhin vergessen, Freunde. Wir sind jetzt schon seit zwei Stunden hier aktiv am Farmen, am Grinden. Äh, da lebt ein Jay. Ah ja, wo ist er? Hast du denn, ist der hier irgendwo? Ja, ich muss auch sagen, ich kann ihn gut gebrauchen. So ein kleines Refreshment. Das ist voll stumpf, den was wir hier grad machen. Okay, ja, Cengiz, bäh mal weiter. Ja, ja, ja. Ja, los. Wir müssen uns bei eins. Ich komm ja nebenbei hin, Verrappel, ja. Ja, ich schüsse mal. Liebe Freunde, ich habe gerade hier so ein Bild von Adi gesehen. Da hat er so schwarze Haare. Ich finde, das sieht besser aus. Ja? Finde ich schon. Ja, jetzt hier was. Okay, schnell, wir fahren viel langsamer. Drei, zwei, eins. Ist nicht kalt, ist weg. Oh man. Ist nicht kalt. Ich bin trotzdem refreshed, liebe Freunde. Wir fahren jetzt. Jetzt kann es weitergehen.